Die fünf Hemmungen und ihre Überwindung durch buddhistische Geistesschulung Aus dem Pali-Kanon und den Kommentaren, ausgewählt und übersetzt von Jnana Ponika Mahatera Erschienen als Bodhi-Blätter Nummer 23, 1988, eine Schriftenreihe aus dem Haus der Besinnung Dicken, Schweiz Vorwort Unerschütterliche Geistesbefreiung, dies ist es, was vom Buddha als das höchste Ziel seiner Lehre verkündet wurde. Befreiung bedeutet die Entledigung des Geistes von allen Begrenzungen, Fesseln und Bindungen, die ihn an das Rad des Leidens, an den Kreislauf der Wiedergeburten ketten. Es ist das Läutern des Geistes von allen Befleckungen, die seine Reinheit trüben. Es ist die Beseitigung aller Hindernisse und Hemmungen, die der Entwicklung vom weltlichen zum überweltlichen Bewusstsein, das heißt zur Heiligkeit im Wege stehen. Viele solcher Hindernisse gibt es, aber es sind vor allem fünf, die unter dem Namen Hemmungen Nivarana in den buddhistischen Schriften besonders häufig erwähnt werden. Sie werden Hemmungen genannt, weil sie den Geist hemmen oder behindern, das heißt sie verhindern seine freie Entfaltung und Entwicklung. Geistige Entwicklung, Pavana, im Sinne der Buddha-Lehre ist zweifach. Durch Klarblick und durch Geistesruhe. Diese Geistesruhe wird während der meditativen Versenkungen durch eine völlige Sammlung des Geistes erreicht. Für die Erreichung dieser Versenkungszustände bildet die wenigstens zeitweise Überwindung der fünf Hemmungen die unerlässliche Vorbedingung. Und so ist es in eben diesem Zusammenhang, dass jene in den Reden des Buddha am häufigsten erwähnt werden. Sie erscheinen dann meist in dem stets wiederkehrenden Wortlaut, der im ersten Text unserer Stellenlese wiedergegeben ist. Nach einer späteren Tradition steht jede dieser Hemmungen in besonderem Gegensatz zu einem der fünf Hauptfaktoren der ersten Versenkung, während andererseits die Entwicklung dieser Versenkungsglieder ein Gegenmittel ist gegen die entsprechenden Hemmungen. Wir haben daher in dieser Anthologie die Beziehung der beiden Fünfergruppen zueinander ausdrücklich vermerkt und haben auch noch aus den anderen Gruppen von Lehrbegriffen solche Eigenschaften kurz angegeben, deren Pflege zur Beseitigung der einzelnen Hemmungen hilft. Wir sind dabei nicht auf Einzelheiten eingegangen, über die sich der Leser leicht aus dem buddhistischen Schrifttum unterrichten kann. Da diese Stellenlese dem praktischen Gebrauch dienen will, wollten wir sie nicht mit Material überladen. Die fünf Hemmungen verhindern aber nicht nur das Entstehen der Versenkungen, sondern auch die geringeren Konzentrationsgrade, wie zum Beispiel die sogenannte angrenzende Sammlung, welche zur Erlangung des Klarblicks erforderlich ist. Aber auch jedes klare Denken wird durch den Einfluss der fünf Hemmungen beeinträchtigt. Mit Recht wurden deshalb die fünf Hemmungen als ein Haufen Unheilsames bezeichnet. Dieser ausgedehnte schädliche Einfluss der fünf Hemmungen zeigt die dringliche Notwendigkeit, ihre Kraft durch beständiges und systematisches Bemühen zu brechen. Darum sollte man die Worte unseres ersten Textes nicht missdeuten und nicht glauben, dass es genügt, seine Aufmerksamkeit erst dann auf die Beseitigung der fünf Hemmungen zu richten, wenn man sich zum Nachdenken oder zur Meditation niedersetzt. Ein solcher Versuch im letzten Augenblick wird selten zu einem Erfolg führen, wenn nicht die im Geiste wirksamen Ergebnisse vorhergegangener Bemühungen mithelfen. Wer ernstlich nach der unerschütterlichen Geistesbefreiung strebt, wird daher ein bestimmtes, diesem Zweck dienendes geistiges Arbeitsfeld, ein Kamatana oder Meditationsobjekt im weitesten Sinne auswählen, das er auch im Alltag nicht aus dem Auge verlieren sollte. Schon das unbeirrbare Festhalten an diesem Arbeitsfeld wird einen beträchtlichen Erfolg in der Geistesentwicklung darstellen, weil dadurch die Willenskraft, die Achtsamkeit und die Zielstrebigkeit des Geistes gefördert werden. Wer nun die Überwindung der fünf Hemmungen als ein solches Arbeitsfeld gewählt hat, sollte zunächst untersuchen, welche dieser fünf Hemmungen in ihm am stärksten ist. Er muss sorgfältig beobachten, in welcher Form und bei welchen Gelegenheiten seines persönlichen Lebens diese Hemmungen besonders häufig zu erscheinen pflegen. Andererseits sollte er sich auch jene in seinem eigenen Geiste vorhandenen positiven Kräfte klar zum Bewusstsein bringen, durch welche die einzelnen Hemmungen überwunden werden können. Er möge sein Leben sorgfältig nach Gelegenheiten untersuchen, die der Entwicklung dieser positiven Eigenschaften und damit der Überwindung der Hemmungen dienstbar gemacht werden können. In unserer Stellenlese haben wir diese Eigenschaften unter den Begriffsgruppen der geistigen Fähigkeiten, Indriya, Versenkungsglieder und der Erleuchtungsglieder, Bhujanga, angeführt. In einzelnen Fällen haben wir auch noch einige Betrachtungsgegenstände hinzugefügt, deren Pflege eine wertvolle Hilfe im Kampf gegen die Hemmungen sein kann. Vom Weltling, Putuchana, also einem, der noch außerhalb der Heiligkeitsstufen steht, kann allerdings nur eine zeitweise Unterdrückung und teilweise Schwächung der Hemmungen erreicht werden. Ihre endgültige und vollständige Beseitigung vollzieht sich erst auf den folgenden hohen Pfaden, Aria-Makka oder Stufen der Heiligkeit. Gewissensunruhe und Zweifel schwinden auf der ersten Stufe, dem Pfad des Stromeintritts, Sotapati-Makka. Sinnenverlangen und Übelwollen auf der dritten Stufe, dem Pfad des Nichtwiederkehrers, Anagami-Makka. Starrheit und Schlaffheit, Aufgeregtheit, auf der vierten Stufe, dem Pfad der Heiligkeit, Arahata-Makka. Dies zeigt, wie Lohn und Ergebnis des Kampfes gegen die Hemmungen sich nicht nur darauf beschränken, dass dadurch eine kürzere oder längere Zeitspanne klarer Einsicht oder der Meditation ermöglicht wird. Jeder Schritt vorwärts in der Schwächung dieser Hemmungen bringt uns vielmehr jenen Stufen der Heiligkeit näher, auf denen die Befreiung von diesen Hemmungen eine unerschütterliche ist. Die fünf Hemmungen Da sucht ihr Mönche, der Mönch, einen abgelegten Ruheplatz auf, einen Wald, den Fuß eines Baumes, einen Berg, eine Schlucht, eine Felsengrotte, einen Friedhof, ein Dickicht, einen offenen Platz, ein Streulager. Nach dem Mahl, zurückgekommen vom Almosengang, setzt er sich mit verschränkten Beinen nieder, den Körper gerade aufgerichtet, sich mit Achtsamkeit umgebend. Weltliche Begierde, Sinnen verlangen, hat er aufgegeben und verweilt mit einem von Begierde freien Herzen. Er reinigt seinen Geist von Begierde. Den Makel des Übelwollens hat er verworfen und verweilt ohne Übelwollen. Freundlich und voll mit Gefühl zu allen lebenden Wesen reinigt er seinen Geist vom Übelwollen. Starrheit und Schlaffheit hat er aufgegeben und verweilt frei von Starrheit und Schlaffheit in der Betrachtung des Lichtes. Achtsam und wissensklar reinigt er seinen Geist von Starrheit und Schlaffheit. Aufgeregtheit und Gewissensunruhe hat er aufgegeben und verweilt ohne Aufgeregtheit. Sein Geist ist beruhigt. Er reinigt ihn von Aufgeregtheit und Gewissensunruhe. Den Zweifel hat er aufgegeben und verweilt als einer, der jenseits des Zweifels gelangt ist. Frei von Ungewissheit über die heilsamen Dinge reinigt er seinen Geist vom Zweifel. Er hat die fünf Hemmungen aufgegeben, die das Herz beschmutzen und die Weisheit schwächen. Fern weilt er von den Sinneslüsten, fern von unheilsamen Dingen im Besitz der ersten Versenkung, die begleitet ist von Gedankenfassen und Überlegen, geboren aus der Abgeschiedenheit und ausgestattet mit Entzücken und Glücksgefühl. Nach Überwindung der fünf Hemmungen entsteht Freude, im Freudevollen entsteht Entzücken. Bei entzücktem Geist beruhigt sich das Innere. Mit beruhigtem Inneren empfindet man Glück und des glücklichen Geists sammelt sich. Wie weilt nun ein Mönch bei den Geistobjekten in Betrachtung der Geistobjekte, nämlich der fünf Hemmungen? Da, o Mönche, weiß der Mönch, wenn Sinnenverlangen in ihm ist. In mir ist Sinnenverlangen. Er weiß, wenn Sinnenverlangen nicht in ihm ist. In mir ist kein Sinnenverlangen. Er weiß, wie unaufgestiegenes Sinnenverlangen aufsteigt. Er weiß, wie es zum Aufgeben aufgestiegenen Sinnenverlangens kommt und wie es künftig nicht mehr ein Entstehen des zeitweise aufgegebenen Sinnenverlangens gibt. Dementsprechend beobachtet der Mönch die anderen vier Hemmungen Übelwollen Starrheit und Schlaffheit Aufgeregtheit und Gewissensunruhe und Zweifel Das aufmerksame und unmittelbare Feststellen des Entstehens einer der fünf Hemmungen, wie es in dem vorstehenden Text empfohlen wird, ist eine einfache, aber erfolgreiche Methode, der Hemmung wie jeder anderen Befleckung des Geistes entgegenzuwirken. Damit wird nämlich der ungehinderte Fluss unheilsame Gedanken abgebremst und die Wachsamkeit des Geistes ihnen gegenüber zugleich gekräftigt. Diese Methode beruht auf einer einfachen psychologischen Tatsache, die von den Kommentatoren folgendermaßen ausgedrückt wird. Ein guter und ein schlechter Gedanke kann nicht gleichzeitig gedacht werden. Mit der Feststellung eines Sinnenverlangens, das im vorangehenden Moment aufstieg, ist deshalb dieses Sinnenverlangen gar nicht mehr vorhanden, sondern nur noch der Akt des Feststellens. Dies sind die fünf Geistesbefleckungen, aufgrund derer der Geist nicht bildsam ist, unfähig zum Werk, unklar und spröde und sich nicht in rechter Weise auf die Vernichtung der Triebe konzentriert. Erste Hemmung Sinnenverlangen Gerade so, ihr Mönche, wie dieser Körper von Nahrungsstoffen lebt, aus Nahrungsstoffen sich entwickelt, nicht ohne Nahrungsstoffe besteht, in gleicher Weise, o Mönche, leben die fünf Hemmungen von Nahrungsstoffen, entwickeln sich aus Nahrungsstoffen, bestehen nicht ohne Nahrungsstoffe. Der Nahrungsstoff für Sinnenverlangen Es gibt Vorstellungen des Lieblichen, ihnen häufig unweise Aufmerksamkeit schenken, das ist Nahrung für das Entstehen des Sinnenverlangens, das noch nicht aufgestiegen ist, und für die Zunahme und Stärkung des bereits aufgestiegenen Sinnenverlangens. Der Nahrungsentzug für Sinnenverlangen Es gibt Vorstellungen des Unreinen, ihnen häufig weise Aufmerksamkeit schenken, das ist der Nahrungsentzug für das Sinnenverlangen, das noch nicht aufgestiegen ist, sowie Nahrungsentzug für die Zunahme und Stärkung des bereits aufgestiegenen Sinnenverlangens. Die folgenden sechs Dinge führen zur Überwindung des Sinnenverlangens. 1. Lernen, wie über die Vorstellung des Unreinen zu meditieren ist. 2. Sich selber der Meditation des Unreinen widmen. 3. Bewachung der Sinnentore. 4. Maßhalten beim Essen. 5. Edle Freundschaft. 6. Förderliches Gespräch. 1. Lernen, wie über die Vorstellung des Unreinen zu meditieren ist. 2. Sich selber der Meditation des Unreinen widmen. Mit der Vorstellung des Unreinen sind im Besonderen die Friedhof-Meditationen oder Leichenbetrachtungen gemeint, wie sie zum Beispiel im Satipatthana-Sutta M10 enthalten und im Visuddhimagga erläutert sind. Darüber hinaus bezieht sich dieser Ausdruck aber auch auf die abstoßende Natur des lebenden Körpers, sowie der Sinnenobjekte im Allgemeinen. In dem, der sich der Vorstellung des Unreinen widmet, festigt sich der Widerwille gegen liebliche Vorstellungen. Das ist das Ergebnis davon. Betrachtung der Widerlichkeit des Körpers oder der 32 Körperteile. Da, o Mönche, betrachtet ein Mönch eben diesen Körper, den hautüberzogenen, mit mannigfachen Unreinheiten gefüllten, von der Fußsohle aufwärts und von den Haarspitzen abwärts, indem er sagt, In diesem Körper gibt es Kopfhaare, Körperhaare, Nägel, Zähne, Haut, Fleisch, Sehnen, Knochen, Knochenmark, Nieren, Herz, Leber, Zwerchfell, Milz, Lunge, Magen, Eingeweide, Weichteile, Kot, Galle, Schleim, Eiter, Blut, Schweiß, Lymphe, Tränen, Serum, Speichel, Rotz, Gelenköl, Urin und das Gehirn in der Gehirnschale. Gefügt aus Knochen und aus Sehnen, darauf geklebt dann die Gewebehaut und Fleisch. Den Körper durch die Außenhaut verhüllt, man sieht ihn nicht, so wie er wirklich ist. Dies alles hält für schön der Tor. Unwissen ist es, dem er folgt. Verschiedene Betrachtungen. Wenig Genuss geben die Sinnenobjekte, viel Schmerz und Verzweiflung, das Übel dabei überwiegt. Das Unerfreuliche überwältigt den Unachtsamen in der Gestalt der Freude. Das Unliebsame überwältigt ihn in der Gestalt des Angenehmen, das Leidvolle in der Gestalt des Glückes. 3. Bewachung der Sinnentore Wie nun wacht man über die Sinnentore? Wenn da ein Mönch mit dem Auge eine Gestalt sieht, so haftet er nicht an der täuschenden Gesamtvorstellung noch an ihren Einzelheiten. Denn wenn er seinen Gesichtssinn unbewacht ließe, so würde Begierde, Trübsal und sonstige üble, unheilsame Dinge in ihm einströmen. So übt er sich in seiner Zügelung, erwacht über den Gesichtssinn und befleißigt sich seiner Zügelung. Hat er mit dem Ohre einen Ton gehört, mit der Nase einen Duft gerochen, mit der Zunge einen Geschmack empfunden, mit dem Körper eine Berührung gefühlt, mit dem Geiste ein Ding erkannt, so haftet er weder an seiner täuschenden Gesamtvorstellung noch an ihren Einzelheiten. Es gibt durch das Auge wahrnehmbare Formen, die erwünscht sind, lieblich, gefällig, angenehm, verbunden mit Verlangen, lusterregend. Wenn der Mönch sich nicht daran ergötzt, nicht daran haftet, sie nicht willkommen heißt, so schwindet ihm, der sich nicht daran ergötzt, nicht daran haftet, sie nicht willkommen heißt, das Ergötzen daran. Wenn kein Ergötzen da ist, gibt es keine Leidenschaft. Wenn keine Leidenschaft da ist, gibt es keine Bindung. Es gibt ferner durch das Ohr wahrnehmbare Töne, durch die Nase wahrnehmbare Düfte, durch die Zunge wahrnehmbare Geschmäcke, durch den Körper wahrnehmbare Berührungen, durch den Geist wahrnehmbare Dinge, die erwünscht sind, lieblich, gefällig, angenehm, verbunden mit Verlangen, lusterregend. Wenn der Mönch sich nicht daran ergötzt, nicht daran haftet, sie nicht willkommen heißt, so schwindet ihm, der sich nicht daran ergötzt, nicht daran haftet, sie nicht willkommen heißt, das Ergötzen daran. Wenn kein Ergötzen da ist, gibt es keine Leidenschaft. Wenn keine Leidenschaft da ist, gibt es keine Bindung. Viertens Maß halten beim Essen Wie nun hält man Maß beim Essen? Da nimmt ein Mönch seine Nahrung mit weißer Erwägung ein. Nicht zur Ergötzung, nicht um sich mit seinem Körper zu brüsten, nicht zu dessen Verschönerung oder seiner Zier, sondern nur um diesen Körper zu erhalten und zu fristen, um Schaden zu vermeiden und um das heilige Leben zu fördern. So werde ich das frühere Schmerzgefühl vertreiben und ein neues nicht aufkommen lassen. Langes Leben wird mir beschieden sein, Makellosigkeit und Wohlbefinden. Fünftens Edle Freundschaft Dem Kommentar zufolge sind hier vor allem solche Freunde gemeint, die in der Überwindung des Sinnenverlangens und besonders in der Meditation des Unreinen Erfahrung haben, darin ein Vorbild sein und helfen können. Daneben ist aber auch an Edle Freundschaft im Allgemeinen zu denken. Der ganze Reinheitswandel wahrlich ist dies Oananda, nämlich Edle Freunde zu haben, Edle Gefährten, Edle Genossen. Von einem Mönch Oananda, der einen Edlen Freund hat, einen Edlen Gefährten, einen Edlen Genossen, kann erwartet werden, dass er den Heiligen Achtfachen Pfad pflegen und zum Gedeihen bringen wird. Sechstens Förderliches Gespräch Dies bezieht sich hier vor allem auf Gespräche über die Überwindung des Sinnenverlangens, außerdem aber auch auf jedes Gespräch, das dem Wachstum in der Lehre förderlich ist. Wenn der Geist eines Mönches sich zum Sprechen neigt, soll er sich erinnern. Ein Gespräch, das gewöhnlich ist, gemein, alltäglich, nicht edel, nicht heilsam, nicht zur Abwendung führend, nicht zur Entsüchtung, nicht zur Aufhebung, nicht zur Ruhe, nicht zum höheren Wissen, nicht zur Erleuchtung, nicht zum Nibbana. Ein Gespräch nämlich über Könige, Räuber und Minister, ein Gespräch über Soldaten, Gefahr und Krieg, über Essen und Trinken, Kleider, Lagerstatt, Blumen, Wohlgerüche, Verwandte, Fuhrwerk, Dörfer, Ortschaften, Städte und Länder, über Frauen und Wein, Straßen und Brunnenklatsch, über die Altvorderen, über allerlei Nichtigkeiten, Gespräch über den Ursprung der Welt und des Ozeans, Gespräch über Geschehenes und Nichtgeschehenes, ein solches Gespräch werde ich nicht hören, so ist er sich hierbei klar bewusst. Ein Gespräch aber über die Entsagungsstränge, ein Gespräch, das die Entfaltung des Geistes fördert, das zur vollkommenen Abwendung führt, zur Entzüchtung, zur Aufhebung, zur Ruhe, zum höheren Wissen, zur Erleuchtung und zum Nibana, ein Gespräch nämlich über Genügsamkeit, Zufriedenheit, Einsamkeit, Abgeschiedenheit, über den Einsatz der Tatkraft, ein Gespräch über Tugend, Sammlung, Weisheit, Erlösung und über den Erkenntnisblick der Erlösung. Ein solches Gespräch werde ich führen, so ist er sich hierbei klar bewusst. Auch die Entwicklung der folgenden Eigenschaften hilft bei der Überwindung des Sinnenverlangens. Aus den Versenkungsgliedern geistige Einspitzigkeit, aus den geistigen Fähigkeiten Achtsamkeit, aus den Erleuchtungsgliedern Achtsamkeit. Ein Gleichnis Wenn da Wasser in einem Gefäß ist, vermischt mit roter, gelber, blauer oder orangener Farbe und ein Mann mit gesunden Augen wollte darin sein Spiegelbild betrachten, so kann er es nicht wirklichkeitsgetreu sehen und erkennen. Genauso kann einer, dessen Geist erfüllt ist von Sinnen verlangen, überwältigt von Sinnen verlangen, das Entkommen aus dem aufgestiegenen Sinnen verlangen, nicht wirklichkeitsgemäß sehen und erkennen. Er kann die eigene Wohlfahrt nicht wirklichkeitsgemäß verstehen, noch die eines anderen, noch die beider. Und auch an die Textstellen, die er sich vor langer Zeit eingeprägt hat, kann er sich nicht mehr erinnern. Zweite Hemmung Übelwollen Der Nahrungsstoff für Übelwollen Es gibt Vorstellungen der Abneigung, Ihnen häufig unweise Aufmerksamkeit schenken, das ist Nahrung für das Entstehen des Übelwollens, das noch nicht aufgestiegen ist, und für die Zunahme und Stärkung des bereits aufgestiegenen Übelwollens. Der Nahrungsentzug für Übelwollen Übelwollen So wird, was da an Übelwollen vorhanden ist, vergehen Übe die Meditation des Mitgefühls Denn wenn du die Meditation des Mitgefühls übst, so wird, was da an Gewalttätiger Gesinnung vorhanden ist, vergehen Die folgenden sechs Dinge führen zur Überwindung des Übelwollens 1. Lernen, wie man über die Güte meditiert 2. Sich selber der Meditation der Güte widmen 3. Daran denken, dass die Wesen Eigner ihrer Taten sind 4. Häufiges Nachdenken darüber, zum Beispiel in folgender Weise Wenn du zornig bist auf einen anderen Menschen, was kannst du ihm antun? Kannst du seine Sittlichkeit und seine anderen guten Eigenschaften zunichte machen? Verhält es sich nicht vielmehr so, dass ebenso wie du zu deinem gegenwärtigen Zustand durch deine eigenen Taten gekommen bist, Du auch wieder deinen eigenen Taten entsprechend von hier gehen wirst Zorn gegenüber einem anderen ist genauso, wie wenn jemand, der einen anderen zu schlagen wünscht, glühende Kohlen, einen erhitzten Eisenstab oder Kot in die Hand nimmt Wenn es der andere ist, der auf dich zornig ist, was kann er dir antun? Kann er deine Sittlichkeit und deine anderen guten Eigenschaften zunichte machen? Auch er kam zu seinem gegenwärtigen Zustand durch seine eigenen Taten und wird ihnen entsprechend wieder von hier gehen Wie eine nicht angenommene Gabe oder wie eine gegen den Wind geworfene Handvoll Schmutz So wird der Zorn auf sein eigenes Haupt zurückfallen Auch die Entwicklung der folgenden Eigenschaften hilft bei der Überwindung des Übelwollens Aus den Versenkungsgliedern Entzücken Aus den geistigen Fähigkeiten Vertrauen Aus den Erleuchtungsgliedern Entzücken und Gleichmut Ein Gleichnis Wenn da in einem über dem Feuer erhitzten Gefäß das Wasser aufbrodelt und aufkocht und ein Mann mit gesunden Augen darin sein Spiegelbild betrachten wollte, so kann er es nicht wirklichkeitsgetreu sehen und erkennen. Genauso kann einer, dessen Geist von Übelwollen erfüllt ist, von Übelwollen überwältigt, das Entkommen aus dem aufgestiegenen Übelwollen nicht wirklichkeitsgemäß sehen und erkennen. Er kann weder die eigene Wohlfahrt wirklichkeitsgemäß verstehen, noch die eines anderen, noch die beider. Und auch an die Textstellen, die er sich vor langer Zeit eingeprägt hat, kann er sich nicht mehr erinnern, geschweige denn an solche, die er sich nicht eingeprägt hat. Die dritte Hemmung Der Nahrungsstoff für Starrheit und Schlaffheit Es gibt da die Unlust, faules Recken des Körpers, die Schläfrigkeit nach dem Male und geistige Trägheit Wenn man sich dem unweisen Geistes häufig hingibt, so ist dies Nahrung für noch nicht aufgestiegene Starrheit und Schlaffheit sowie für die Zunahme und Stärkung der bereits Aufgestiegenen. Der Nahrungsentzug für Starrheit und Schlaffheit Es gibt da das Element des Sich-Aufraffens, das Element der Anstrengung, das Element des beharrlichen Weiterstrebens. Dem häufig weise Aufmerksamkeit schenken, das ist Nahrungsentzug für die Entstehung noch nicht aufgestiegener Starrheit und Schlaffheit sowie Nahrungsentzug für die Zunahme und Stärkung der bereits Aufgestiegenen. Die folgenden sechs Dinge führen zur Überwindung von Starrheit und Schlaffheit. Übermäßiges Essen als Ursache dafür erkennen Wechsel der Körperstellung Betrachtung der Vorstellung des Lichtes Aufenthalt im Freien Edle Freundschaft Förderliches Gespräch Auch die Entwicklung der folgenden Eigenschaften hilft bei der Überwindung von Starrheit und Schlaffheit. Aus den Versenkungsgliedern Überlegen Aus den geistigen Fähigkeiten Willenskraft Aus den Erleuchtungsgliedern Leererforschung Willenskraft und Entzücken Wenn der Geist träge ist So ist es nicht die geeignete Zeit zur Pflege der Erleuchtungsglieder Ruhe, Gleichmut und Sammlung Denn ein träger Geist kann von diesen Dingen schwerlich belebt werden. Wenn der Geist träge ist So ist es die geeignete Zeit zur Pflege der Erleuchtungsglieder Leererforschung Willenskraft und Entzücken Denn ein träger Geist kann von diesen Dingen leicht belebt werden. Ferner sind folgende Betrachtungen ein Ansporn zur Überwindung von Starrheit und Schlaffheit. Das Gelöbnis des Buddha vor seiner Erleuchtung Mag nichts übrig bleiben als Haut, Sehnen und Knochen Mögen Fleisch und Blut im Körper vertrocknen. Was erlangt werden kann durch mannhafte Anstrengung mannhafte Energie mannhaftes Mühen bevor es nicht erreicht ist soll meine Energie nicht nachlassen. Das Denken an den Tod Noch heute setze Eifer ein Wer weiß, ob morgen kommt der Tod Die Vorstellung des Leidvollen bei der Vergänglichkeit Ein Mönch, der häufig von der Vorstellung des Leidvollen bei der Vergänglichkeit erfüllt ist hat hinsichtlich der Faulheit Trägheit, Schlaffheit Untätigkeit und Unachtsamkeit die stärksten Vorstellungen der Gefahr gegenwärtig gleich wie vor einem Mörder mit gezücktem Schwert Mitfreude Übe die Meditation der Mitfreude Wenn du sie übst so wird, was an Unlust da ist vergehen Betrachtung über den zu beschreitenden Weg Der von allen Erwachten Einzelerwachten und großen Jüngern beschrittene Weg eben dieser selbe ist es, den ich gehen muss aber von einem lässigen Menschen kann er nicht beschritten werden Betrachtung über die Erhabenheit des Meisters Volle Kraftanstrengung wurde von meinem Meister gepriesen und er ist unübertroffen in seiner Weisung und eine große Hilfe für uns Durch die Befolgung seiner Lehre wird er geehrt nicht auf andere Weise Betrachtung über die Erhabenheit der Erbschaft Ich habe Besitz zu nehmen von jenem erhabenen Erbe dem guten Gesetz aber einer der träge ist kann davon nicht Besitz nehmen Wie der Geist anzuregen ist Wie regt man den Geist an zu einer Zeit wo er der Anregung bedarf Wenn durch Langsamkeit in der Anwendung der Weisheit oder weil man das Friedensglücklicht erlangt der Geist stumpf wird dann kann er durch Betrachtung der acht Anlässe der Ergriffenheit aufgerüttelt werden Diese acht sind Geburt Alter Krankheit Tod Das Leid in den niederen Daseinsferten Das im Daseinskreislauf wurzelnde Leid der Vergangenheit Das im Daseinskreislauf wurzelnde Leid der Zukunft Das in der Nahrungssuche wurzelnde Leid der Gegenwart Die fünf drohenden Gefahren Wenn um Mönche ein Mönch sich dieser fünf drohenden Gefahren bewusst wird so ist es für ihn angebracht unermüdlich eifrig mit entschlossenem Herzen zu leben um das Unerreichte zu erreichen das Unerlangte zu erlangen das Unverwirklichte zu verwirklichen Welches sind diese fünf Gefahren? Erstens Da ihr Mönche überlegt ein Mönch also Noch bin ich jung ein Jüngling jung an Jahren dunkelhaarig in der besten Jugend im ersten Lebensalter Es wird aber eine Zeit kommen da dieser Körper vom Alter befallen wird Für einen aber der vom Alter gebeugt ist ist es nicht leicht die Weisung des Erhabenen zu beachten Es ist nicht leicht für ihn in der Wildnis des Waldes oder des Dschungels oder in abgeschiedenen Behausungen zu leben Bevor mich also dieser unerwünschte unliebsame und unangenehme Zustand ereilt will ich meine Willenskraft daran setzen um das Unerreichte zu erreichen das Unerlangte zu erlangen das Unverwirklichte zu verwirklichen sodass ich im Besitze dieses Zustandes selbst noch im Alter glücklich leben kann Zweitens Und weiter, o Mönche überlegt ein Mönch also Noch bin ich frei von Krankheit und Unpässlichkeit Die Organe bewirken Die Organe bewirken eine gleichmäßige Verdauung Meine Leibesbeschaffenheit ist weder zu heiß noch zu kalt Sie ist ausgeglichen und befähigt zur Anstrengung Es wird aber eine Zeit kommen da dieser Körper von Krankheit befallen wird Für einen aber, der krank ist ist es nicht leicht die Weisung des Erhabenen zu beachten Es ist nicht leicht für ihn in der Wildnis des Waldes oder des Dschungels oder in abgeschiedenen Behausungen zu leben Bevor mich also dieser unerwünschte, unliebsame und unangenehme Zustand ereilt will ich meine Willenskraft daran setzen um das Unerreichte zu erreichen das Unerlangte zu erlangen das Unverwirklichte zu verwirklichen sodass ich im Besitz dieses Zustandes selbst während einer Krankheit glücklich leben kann 3. Und weiter, o Mönche überlegt ein Mönch also Gegenwärtig gibt es Nahrungsüberfluss und gute Ernte und leicht ist es, Almosen zu erhalten durch Almosen und Gaben das Leben zu fristen Bei Nahrungsnot aber begeben sich die Menschen dorthin wo Nahrungsüberfluss herrscht Dort aber lebt man in Gesellschaft lebt man gedrängt zusammen Lebt man aber in Gesellschaft und gedrängt zusammen so ist es nicht leicht die Weisung des Erhabenen zu beachten Nicht leicht ist es dann in der Wildnis des Waldes oder des Dschungels oder in abgeschiedenen Behausungen zu leben Bevor mich also jener unerwünschte unliebsame und unangenehme Zustand ereilt will ich meine Willenskraft daran setzen um das Unerreichte zu erreichen das Unerlangte zu erlangen das Unverwirklichte zu verwirklichen sodass ich im Besitz dieses Zustandes selbst bei Nahrungsnot glücklich leben kann 4. Und weiter um Mönche überlegt ein Mönch also Gegenwärtig leben die Menschen in Eintracht und Freundschaft ohne Streit haben ein mildes Wesen und begegnen einander mit freundlichen Blicken Es wird aber eine Zeit der Gefahr kommen wie etwa ein Aufruhr unter den Dschungelstämmen wenn die Bewohner des Landes auf Wagen umhereilen Zur Zeit einer Gefahr aber begeben sich die Menschen an einen gesicherten Ort Dort aber lebt man in Gesellschaft und gedrängt zusammen Lebt man aber in Gesellschaft und gedrängt zusammen so ist es nicht leicht die Weisung des Erhabenen zu beachten Nicht leicht ist es dann in der Wildnis des Waldes oder des Dschungels oder in abgeschiedenen Behausungen zu leben Bevor mich also jener unerwünschte unliebsame und unangenehme Zustand ereilt will ich meine Willenskraft daran setzen um das Unerreichte zu erreichen das Unerlangte zu erlangen das Unverwirklichte zu verwirklichen so dass ich im Besitz dieses Zustandes selbst in einer Zeit der Gefahr glücklich leben kann Fünftens und weiter O Mönche überlegt ein Mönch also Gegenwärtig lebt die Jüngerschaft in Frieden voll Eintracht und Liebe ohne Streit und befolgt ein und dieselben Vorschriften Es kommt jedoch eine Zeit wo die Jüngerschaft gespalten ist Ist aber die Jüngerschaft gespalten so ist es nicht leicht die Weisung des Erhabenen zu beachten Nicht leicht ist es dann in der Wildnis des Waldes oder des Dschungels oder in abgeschiedenen Behausungen zu leben Bevor mich also jener unerwünschte unliebsame und unangenehme Zustand ereilt will ich meine Willenskraft daran setzen um das Unerreichte zu erreichen das Unerlangte zu erlangen das Unverwirklichte zu verwirklichen so dass ich im Besitz dieses Zustandes selbst wenn die Jüngerschaft gespalten ist glücklich leben kann Ratschläge zur Überwindung der Schläfrigkeit Einst sprach der Erhabene zum ehrwürdigen Maha Mogallana also Bist du schläfrig Mogallana? Bist du schläfrig Mogallana? Ja ehrwürdiger Herr So darfst du Mogallana jenen Gedanken bei dem Verweilen dich Schläfrigkeit überfällt nicht beachten nicht häufig bei ihm verweilen dann mag es sein Mogallana dass wenn du so verfährst deine Schläfrigkeit schwindet Sollte aber während du so verweilst deine Schläfrigkeit nicht schwinden so magst du dich von deinem Sitze erheben deine Augen mit Wasser abspülen hinauf zum Himmel blicken und die Himmelskörper und Sterne beobachten Sollte aber während du so verweilst deine Schläfrigkeit nicht schwinden so magst du deinen Geist auf die innere Wahrnehmung des Lichtes richten Wie bei Tage so des Nachts wie des Nachts so bei Tage so magst du mit ungetrübtem ungehemmtem Geist ein Bewusstsein entwickeln das voller Klarheit ist Sollte aber während du so verweilst deine Schläfrigkeit nicht schwinden so magst du deine Aufmerksamkeit vor und hinter dich richtend auf und ab gehen mit nach innen gerichteten Sinnen mit einem nicht auswärts schweifenden Geiste Sollte aber während du so verweilst deine Schläfrigkeit nicht schwinden so magst du auf der rechten Seite liegend dich wie ein Löwe ausruhen ein Bein über dem anderen achtsam wissensklar der Zeit des Aufstehens gedenkend beim Erwachen aber hast du dich schnell zu erheben mit dem Gedanken nicht will ich mich dem Genusse des Ruhens und Schlafens hingeben so O Mogalana sollst du dich üben ein Gleichnis wenn da Wasser in einem Gefäß ist mit Moos und Wasserpflanzen bedeckt und ein Mann mit gesunden Augen wollte darin sein Spiegelbild betrachten so kann er es nicht wirklichkeitsgetreu sehen und erkennen genauso kann einer dessen Geist von Starrheit und Schlaffheit erfüllt ist überwältigt von Starrheit und Schlaffheit das Entkommen aus der aufgestiegenen Starrheit und Schlaffheit nicht wirklichkeitsgemäß sehen und erkennen er kann weder die eigene Wohlfahrt wirklichkeitsgemäß verstehen noch die eines anderen noch die beider und auch an Textstellen die er sich vor langer Zeit eingeprägt hat kann er sich nicht mehr erinnern geschweige denn an solche die er sich nicht eingeprägt hat die vierte Hemmung Aufgeregtheit und Gewissensunruhe der Nahrungsstoff für Aufgeregtheit und Gewissensunruhe Es gibt da eine Unruhe des Geistes ihr häufig unweise Aufmerksamkeit schenken das ist Nahrung für die Entstehung noch nicht aufgestiegene Aufgeregtheit und Gewissensunruhe sowie für die Zunahme und Stärkung der bereits Aufgestiegenen Der Nahrungsentzug für Aufgeregtheit und Gewissensunruhe Es gibt da eine Ruhe des Geistes ihr häufig weise Aufmerksamkeit schenken das ist Nahrungsentzug für die Entstehung noch nicht aufgestiegener Aufgeregtheit und Gewissensunruhe sowie Nahrungsentzug für die Zunahme und Stärkung bereits Aufgestiegener Die Entwicklung folgender Eigenschaften hilft bei der Überwindung von Aufgeregtheit und Gewissensunruhe Aus den Versenkungsgliedern Glücksgefühl Aus den geistigen Fähigkeiten Sammlung Aus den Erleuchtungsgliedern Ruhe Sammlung und Gleichmut Wenn der Geist unruhig ist so ist es nicht die geeignete Zeit zur Pflege der Erleuchtungsglieder Leererforschung Willenskraft und Entzücken denn ein unruhiger Geist kann von diesen Dingen schwerlich beruhigt werden Wenn der Geist unruhig ist so ist es die geeignete Zeit zur Pflege der Erleuchtungsglieder Ruhe Sammlung und Gleichmut denn ein unruhiger Geist kann durch diese Dinge leicht beruhigt werden Ein Gleichnis Wenn da Wasser in einem Gefäß ist vom Winde bewegt aufgestört unruhig und wellenerzeugend und ein Mann mit gesunden Augen wollte darin sein Spiegelbild betrachten so kann er es nicht wirklichkeitsgetreu sehen und erkennen Genauso kann einer dessen Geist erfüllt ist von Aufgeregtheit und Gewissensunruhe überwältigt von Aufgeregtheit und Gewissensunruhe das Entkommen aus aufgestiegener Aufgeregtheit und Gewissensunruhe nicht wirklichkeitsgemäß sehen und erkennen Er kann weder die eigene Wohlfahrt wirklichkeitsgemäß verstehen noch die eines anderen noch die beider Und auch an Textstellen die er sich vor langer Zeit eingeprägt hat kann er sich nicht mehr erinnern geschweige denn an solche die er sich nicht eingeprägt hat Die fünfte Hemmung Zweifel Es gibt Dinge die Zweifel verursachen ihnen häufig unweise Aufmerksamkeit schenken das ist Nahrung für die Entstehung noch nicht aufgestiegenen Zweifels sowie für die Zunahme und Stärkung des bereits Aufgestiegenen Es gibt Dinge die heilsam oder unheilsam sind Tadellos oder Tadelnswert Edel oder gemein Dinge die teils dunkel teils hell sind Ihnen häufig weise Aufmerksamkeit schenken das ist Nahrungsentzug für die Entstehung noch nicht aufgestiegenen Zweifels sowie Nahrungsentzug für die Zunahme und Stärkung des bereits Aufgestiegenen Die Entwicklung folgender Eigenschaften hilft bei der Überwindung des Zweifels Aus den geistigen Fähigkeiten Weisheit Aus den Erleuchtungsgliedern Leererforschung Eingleichnis Wenn da ein Gefäß mit trübem Wasser aufgewühlt und schlammig und dieses Gefäß steht an einem dunklen Ort und ein Mann mit gesunden Augen wollte darin sein Spiegelbild betrachten so kann er es nicht wirklichkeitsgetreu sehen und erkennen Genauso kann einer dessen Geist von Zweifel erfüllt ist überwältigt von Zweifel das Entkommen aus dem aufgestiegenen Zweifel nicht wirklichkeitsgemäß sehen und erkennen Er kann weder die eigene Wohlfahrt wirklichkeitsgemäß verstehen noch die eines anderen noch die beider Und auch an Textstellen die er sich vor langer Zeit eingeprägt hat kann er sich nicht mehr erinnern geschweige denn an solche die er sich nicht eingeprägt hat Obgleich die Anrede in vielen der vorstehenden Textstellen an Mönche gerichtet ist sind diese Texte doch auch für den Menschen des Weltlebens gültig und im Maß seiner inneren und äußeren Möglichkeiten anwendbar Wie die alten Meister der buddhistischen Überlieferung sagen Wer diesen Wandel der Verwirklichung liebt der trägt den Namen Mönch Das gilt auch für den folgenden Text Solange ein Mönch diese fünf Hemmungen in sich nicht aufgehoben hat empfindet er sich wie mit Schulden belastet als krank eingekerkert versklavt oder in einer wilden Gegend bedroht Hat er aber diese fünf Hemmungen in sich aufgehoben dann fühlt er sich ohne Schuldenlast völlig gesund dem Kerker entronnen als freier Mann und in sicherer Stätte angelangt Wenn er diese fünf Hemmungen in sich aufgehoben erkennt wird er freudig bewegt freudig bewegt wird er heiter heiteren Geistes wird der Körper beschwichtigt Körper beschwichtigt empfindet er Glück und des glücklichen Geist sammelt sich und des glücklichen aufgehoben und des glücklichen